Musik Ich bin Stefanie Zubabuela. Ich m'appelle Florian Wittmer. Tschüss, weiss, weiss. Meine Mutter ist Kochschullehrerin und so interessierte mich die Nahrung und das Herstellen von diversen Speisen schon als kleines Kind. Er hat das Boulogier weil seine Mutter ein Professeur der Schule für den Kuisinier. Meine Spezialität ist ein Glückssäckli. Das ist aus Hefeteig und hat eine spezielle Füllung aus Zwetschgen mit Zimtaroma. Stefanie fährt ein sachet von Bonne Choses mit Pruneau und Cannelle. Es ist schon ein rechter Stress, muss man sagen. Man hat auch Sachen im Kopf, die man vorbereiten könnte. und es ist schon ein bisschen stressiert. Weil er hat die Präparation gemacht und er denkt, das ist das, was ich will machen. Das ist das, was ich will machen. Und ich kann es nicht vergessen. Ich kann sicher die verschiedenen Produkte, die sie herstellen, die Ideen wieder mit nach Hause nehmen und diese bei uns im Betrieb oder sonst bei denen einsetzen. und das, was ich will machen. Ja, das ist das, was ich will machen. Das, was ich will machen. Das, was ich will machen. das in der Maison und mit ihnen in der Produktion zu setzen, und manchmal auch etwas anderes zu benutzen.